Ja, Hallöchen zusammen! Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Raffel und Schlaraffel bekommen könnt. Hier seht ihr die Habitate, in denen Raffel überall vorkommen kann. Und ich bin jetzt in der südlichen Zone 2. Es hat in Waldbiomen eine 60% Sporenrate und im Olivenhain 30%. Hier seht ihr noch die Habitate, in denen Schlaraffel vorkommen kann. Und ich bin jetzt in der südlichen Zone 6. Es hat in Waldbiomen eine 30% Sporenrate und im Bergbiom 20%. Und entwickeln tut sich Raffel dann ganz normal, einfach per Level ab, ab Level 24. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris, Athen. Auf Wiedersehen!